Hallo, willkommen zurück bei der wahrscheinlich für uns erstmal letzten Folge von Raft. Keine Ahnung wie das bei euch dann sein wird. Sehen wir dann. Boah. Halt, kommt noch die Vorlese. Genau, die Vorlese kommt danach noch. Aber es ist die letzte reguläre Folge. Ja, ich bin übrigens sehr zufrieden wie das hier alles jetzt aussieht. Ja. Ich muss sagen, ich mag das sehr gerne. Ach, Mist. Ich habe einfach die Vierersterben. Okay, jetzt wird das Wasser gespuckt. Hoffentlich, hoffentlich. Weil wir wissen nicht, wie lange es schon hier trocken ist. Nee, keine Ahnung. Hast du gerade nochmal Batterien abgefüllt? Nee, Batterien musst du gar nicht, sondern... Ah, Wasser aber leer. Äh, so. So, ähm... Ich schmeiß noch was gerade offen. Aufgefangen. Wo waren wir gerade sonst streamen? Äh, Spiele. Raft und so. Sonst würden wir ja gerne, um auch mal demnächst anfangen zu streamen. Ja. Das müssen wir ja schließlich schaffen bis zum November. November? Ist doch was. Wolfenut? Wolfenut? Ja, ja, das Ding. Wo wir einen kleinen Livestream machen wollten auf jeden Fall. Ein klein... Ein klein... Das wird das Event des Jahres! Ja, aber Friendly Fire. Friendly Fire und Dude für die Welt. Ja. Also, ich glaube, es gibt noch weitere, äh, Spenden-Streams und so. Ich glaube, wir sind... Wir werden dann wahrscheinlich eher der Kleinen sein. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber, ich fand das, was jetzt bei Friendly Fire war, äh, voll cool. Und mit dem Better Place. Dass man da wohl relativ, äh, umstandslos hier, äh, umstandslos und auch wegen Steuern und so, das recht simpel hinkriegt. Und die wollte ich ihm halt auch anschreiben. Sobald ein bisschen mehr feststeht. So, ich wollte mir eigentlich Pfeile und Bogen machen. Also eher Pfeile. Ne, von hier kommt die Pfeile. Mist. Soll ich mir die Stein-Pfeile machen oder die Metall? So viel Pfeilverbrauch haben wir nicht, dass das schlimm wäre. Ich hab einen höheren Stein-Verbrauch, also, äh, Pfeilverbrauch. Ja, wir kriegen ja... Wir haben ja noch Eisen, wie sonst was. Ja. Äh, was wollte ich? Genau, ich wollte ein bisschen Material holen. Wir brauchen bald mal wieder eine Insel. Wir haben kaum noch Scrap-Battle. Hm, hä? Wir haben... Okay, wo sind jetzt die Federn? So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte einfach mal ab. Sind die unten bei den Tieren drin? Äh, ne, die Federn sind in der eigenen Truhe. Eine von den Plastikdingern. Ah, ja. Nein. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Und dann nochmal drei und ich glaube, dann war's das. Ah, diese Kack-Möwen. Und was wir ja auch Schönes haben, ist ja immer noch abwechseln mit Raft oder was auch immer für ein Spiel, dann kommt die CTR etwas Scrap-Battle. Ja, das wird, schätze ich, auch noch eine ganze Weile geben. Ja. Also, die Zeit macht es uns ja auch noch sehr viel Spaß. Ich glaube, das wird auch nur eine Weile Spaß machen. Wann? Ey, was ist da? Also, äh, die letzten paar Folgen waren halt ein bisschen anstrengend, weil wir, äh, auch hundert sind. Ja, aber jetzt haben wir ja unsere Basis erstmal aufgebaut. Da werden wir ja auch eine Weile bleiben. Ich bin so gespannt, was den, äh, Cooking-Robot eigentlich... Ja, erstmal brauchen wir das mysteriöse Material, was wir brauchen, um die Küche, um das Eisen 2 zu bauen. Ja. Äh, man... Scheiße. Zu lange gedauert zum Hai-Schießen. So. Unsere Fläche vorne ist fertig. Äh, wie kann ich den reparieren? Was? Gar nicht. Du brauchst ne neue, wenn die durch ist. Wie sehe ich, dass sie durch ist? Wenn sie weg ist. Ah, okay. Aber die geht komplett kaputt. Unwürdig. Ja, wir sollten am Ende eher 2, 3 von den Dingern da aufstellen. Aber es sieht jetzt schon mega geil aus. Scheiße. Ach, mein, mein Bogen ist kaputt gegangen. Ja, aber... Achso, ich glaube, jetzt ist sie kaputt. Achso. Weil die Möbel ist nicht mehr drangegangen. Ja. Die ist durch. Ah. Aber man kriegt ein paar der Materialien auch wieder. Dann brauchen wir ein paar. Ja, wo bin ich? Ganz oben. Food and Water. Mach mal 2, 3 am besten. Ja, ich brauche Nägel. Haben wir noch fertig? Äh, ja. Sind unter verarbeitete Materialien. Okay. Ich höre wieder eine Möwe. Nein. Sie haben eine Ananas kaputt gemacht. No. Ja, wir hatten vorher schon mal eine Ananas kaputt gemacht. Ja, dann lassen wir die weg. Das sieht man am Ende ähnlich. Oh. Hm? So, jetzt haben wir drei Vogelscheichen. Ich glaube, ich stelle noch ein paar Richter auf. Das erinnert mich gerade an unser Gewächter. Hm. Ja. So, man kommt rein und war und grün. Es müssten nur von Tomaten erschlagen werden. Ich würde gerne Lampen machen, aber das ist irgendwie... Ich will Schokolade essen. Kann es ja gleich machen. Oh, weißt du, wie lange ich schon keine weiße Schokolade mehr habe? Seit ich das letzte Mal welche mitgebracht habe. Mhm. So, machen wir mal hier ein. Und ich wundere mich, warum ich über 150 Kilo wiege. Also, ich wundere mich nicht, warum ich so viel wiege. Ehrlich nicht, ich weiß das. Dann würde ich da, glaube ich, noch eine hinpacken. Dann ist das gut ausgeleuchtet. Also, ich würde dann mit dem nächsten Update eventuell nochmal auf jeden Fall gerne ein paar mehr Fackeln aufstellen. Auf dem Raft. Dass es nochmal heller wird. So, jetzt bin ich hier vollkommen aufgeregt. Ich habe voll Schmerzen. Vom vielen erzählen und aufregen. Mhm. Ich muss auch nochmal gerade ein paar Screenshots machen. Das sieht schon echt geil aus. Jo. Yeah. Ich komme dann mit der Fackel. Mhm. Oh ja, das sieht schön aus. Die Musik passt aus. Ich habe gerade leider keine Musik. Ich habe gerade einfach schöne Musik. Oh, Wassermelonen. Ich bin immer noch geschädigt. Meine Schwester hat mir gesagt, ich kann einfach mir so eine kleine, so eine Mini-Wassermelone kaufen. Irgendwann ist das auch der Halt. Ja, super. Ja, super. Na, ist egal. Wie gesagt, ich habe ja die, ich sage mal, essentiellen Sachen alle gepanzert. Das heißt, das heißt, das kostet halt einmal zwei Holz und zwei Plastik. Wir haben kaum Holz. Das geht. Aber jetzt brauchen wir nicht mehr wirklich. Nee, ah, okay. Das Ding ist jetzt komplett. Und jetzt brauchen wir nicht mehr. Einen Moment. No. Ich würde die ein bisschen anders verteilen. Die Vogelscheuchen. Weil... Oh, ja. So. Das sollte gehen. Schauen wir schon. Haha. Ich habe doch... Ich habe doch... ... gemacht. Ha? Egal. Weil du gesagt hast, es sollte gehen. Und dann habe ich irgendwas gemacht, aber dann scheinbar schon. Also ne, weil die Möwe in dem Moment drangeflogen ist. So. Ach ja, davon kriegt man ja nur einen. Ja, und ich würde hier unten dann, glaube ich, noch ein bisschen was mitmachen. So den Schmiede-Bereich nochmal. Wir wollten hier nicht so ein bisschen... Genau, mitfühlt hast du. Ach, die beiden, äh, man... Schlafsäcke. Ja, diese Betten hier, die mache ich mal weg. Aber wir haben jetzt Hängematten bei uns im Zimmer. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ich will schon wieder eine Scheidt mögen. Ich auch. Bö. Bö. Ha. Hm. zu viel plastik ja 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 Ja. Ja, und sonst so. Dann brauch ich grad nicht auf den Grill zu werfen, da liegen grad die anderen Dinger. Na ja. In den anderen beiden Folgen quatsch ich so ohne Punkt und Komma. So müde. Kann ich mehr reden. Bin heiser. Ja. Es fehlt immer noch das Beehive. Ja. Ich verzweifle, dass du diese Folge noch auf ein Ding siehst, kommen hier auf eine Bäreninsel. Ja. Also ich hab schon genug Screenshots gemacht. Hast du den halt? Ich seh ihn. Ich hab's leider nicht mehr geschafft. Okay. Ähm. Ach so, ich bin hier in der dritten Etage. Ja, wir haben halt auf der linken Seite eine Insel oder irgendwas, das 800 Meter entfernt ist. Wo wir noch hinzusegeln könnten, weil das andere, so weit rechts kommen wir nicht mehr hin. Ja. Soll ich das dann machen? Kannst du ja? Soll ich das dann machen? Ja. Ach, ich drück auf die falsche Richtung. Also du hast viel zu weit gedreht, glaube ich. Ja. Ja. Bleib du mal an dem Ding stehen. Jo. So. Noch ein Stück. So. Noch und noch weiter. Stopp, 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 stopp. Ja, also jetzt fahren wir ziemlich, äh, jetzt nicht mehr. Also relativ geradeaus fahren wir jetzt drauf. Ja. Mein Handy vibriert gerade die ganze Zeit. Ich bin gerade so ein bisschen, dass ich drauf gucken will, weil ich Angst habe, dass ich was Wichtiges bin. Ah, nee, war nur meine Benachrichtigung, dass ich wachst. Na dann. So, äh, ich würde fast sagen, dann machen wir die Folge ein bisschen kürzer, weil wir irgendwie nicht mehr wirklich gerade was zu tun haben. Und dann machen wir die Vorlesefolge? Genau, dann machen wir hier einmal kurz irgendwie eine halbe Stunde Pause, eine halbe Stunde. Ja, das, äh, am besten heiße mich mit Honig oder so trinken, dass der Rachen wieder schön geschmiert ist, was man auch vorlesen kann. Und dann machen wir die Vorlesefolge, in der drucken wir wahrscheinlich an der Insel an. Äh, wir haben uns schon wieder ein Stück gedreht. Und dann... ...schauen wir mal, wann der Patch kommt. Jo. Ich habe das Gefühl, dass ich so gar nicht zielen kann mit, äh, mit der Maus hier. Also mit dem Trackman konnte ich besser zielen. Naja. Gut. Dann... Ja, tut mir leid. Äh, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns in der Special-Folge. Bis dahin. Und sonst, äh, bis zum Update, würde ich sagen. Bitte nicht. Ich beende jetzt hier die Folge, bevor das hier noch weiter außer Hand gerät. Und, äh, bis dann. Ciao. Chris!